Hahaha, deine Tage als heißer Pokémon-Trainer sind anscheinend vorbei. Du bist Geschichte. Tja, wir werden dich in Erinnerung behalten. Pantimos, Esch und seine Freunde brauchen deine Hilfe. Pantimos! 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 Hey, noch ein Pantimos. Lebe Pfarrraketen, Feuer frei! Kommt sofort! Oh, sehr gut! Pantimos! Gut gemacht, Pantimos! Pant, 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 Pantimos, Pantimos! Die kleine Wand kann uns nicht aufhalten. Schlagen wir sie ein. Ja! Sehr gut! Pantimos, Pantimos! Die bewegt sich kein bisschen. Klasse, gute Arbeit, Pantimos. Das Pantimos macht seine Sache gut. Pantimos! Wenn wir sie nicht zerstören können... Wenn wir sie nicht zerstören können... Fahren wir außen rum! Ja, nichts wie los! Sie fallen auf uns zu! Pantimos! Pantimos! Pant, 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 Pant... Ja, gut, Pantimos! Wow! Gute Arbeit! Nochmal mit Volldampf. Pantimus! 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 Das war's wohl. Wir sind eingemauert. Untertitelung des ZDF, 2020